hallo und herzlich willkommen heute wollen wir mal gucken ob wir diese gleiche hier zusammen gehäckselt bekommen und das problem jetzt an dieser baustelle ist dass wir hier mehrere klammern auf einem haufen haben wenn wir so wie hier mehrere klammern haben muss man eine regel wissen und das sage ich euch jetzt wenn ihr mehrere klammern habt arbeitet immer von der innersten zur äußersten also gucken wir uns erstmal an hier haben wir eine klammer da eine klammer und in der klammer ist noch mal eine klammer deswegen ist das hier jetzt die sogenannte innerste klammer was bedeutet wir tun die jetzt zuerst ausmultiplizieren beim ausmultiplizieren muss ich darauf achten dass ich diese drei mal mit allen sachen in der klammer machen weil das ja eigentlich ein gedachtes mal dazwischen und die teile die wir jetzt nicht großartig vereinfachen sie lassen das erste mal stehen also zehn x plus zwei vier plus und jetzt achtung drei mal x sind drei x plus drei mal zwei sind plus sechs jetzt lohnt sich es meistens nachdem wann eine klammer ausmultipliziert hat gucken ob man was zusammenfassen kann hier kann man die vier und die sechs zusammenfassen also haben wir vier plus sechs ist zehn plus drei x gleich 100 und jetzt gucken wir die nächste klammer an die übrig bleibt das ist die hier jetzt müssen wir die ausmultiplizieren dann müssen wir daran denken jedes mit jedem dann haben wir dann haben wir im endeffekt zehn x plus 20 weil zwei mal zehn plus zwei mal drei x sind plus sechs x sind hundert dann gucken wir wieder nachdem wir ausmultipliziert haben können wir was zusammenfassen ja zehn x dann wollen wir jetzt die x alleine haben also rechnen wir die 20 rüber minus 20 16 x gleich 80 und der letzte schritt ist jetzt dass wir das hier weg haben wollen zwischen dem 16 und dem x ist ja ein gedachtes malzeichen also mache ich jetzt 10 x 16 geteilt durch 16 80 durch 16 geht sogar glatt auf macht zur noten der nebenrechnung das ist dann nämlich x gleich 5 und jetzt sind wir mit der ganzen geschichte fertig das wichtige was ihr von den videos aber mitnehmen müsst ist wenn ihr mehrere klammern habt immer von der innersten zur äußersten arbeiten danach zusammenfassen und zum stutters letztes halt noch punkt vor strich verachten und wenn ihr dann schrittweise auflöst dann schafft ihr es schon wie immer an der stelle hoffe ich dass das video für dich hilfreich war und du was lernen konntest das habe ich gerne gemacht wenn du vielleicht jemanden kennst der glatt am gleichen problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte kannst du das video auch wirklich gerne teilen wenn du lust hast noch ein bisschen mehr zu lernen habe ich dir hier oben noch ein weiteres video verlinkt wo du gucken kannst oder wenn du das toll findest was du machst und lust auf weitere videos hast die dich unterstützen können kannst du die kannst auch gerne abonnieren und wie immer bleib am ball glaub an dich du kannst das alles und wie immer bleib am soaked sind das alles